Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Halo Wars 2. Ich bin's wieder, eure ThimbleTech, und wir haben eine kleine Kampagne vor uns. Im Dunkeln in Kapitel 2. Auf geht's! Wir sind Team Abruf bereit, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ich gebe euch Deckung, Jerome. Sorgt ihr dafür, dass ihr dorthin kommt. Viel Glück. So. Wir nähern uns jetzt der LZ für den Schwerkraftlift. Achtung, Feindkontakt! Achtung, wir stürzen ab! Nein, nein, nein! Zum Schwerkraftlift zu gelangen wird nicht ganz so einfach wie gedacht. Jerome, der Funk explodiert gerade förmlich. Die Verwandten sind auf dem Weg. Scharfschützen, hier ist Sergeant Alieri. Die Verwandten haben uns überrascht und Jerome's und Isabel's Pelican auf dem Weg zum Schwerkraftlift abgeschossen. Treffen Sie sie an der Absturzstelle für neue Befehle. Feinde gesichtet. Oh yeah! Neutralisieren! Neutralisieren! Liege los! Im Visier! Kamikaze, Grunt! Schaltet sie aus der Ferne aus! Räume mal kurz auf! Verlaufen Sie mir nicht zweimal zu sagen! Neutralisieren! Gut, dass ich eine Heilung habe. Räume mal kurz auf! Lassen Sie auf! Die Verwandten legen getarnt im Ihnen aus! Binden Sie sie und schalten Sie sie aus! Die Verwandten benutzen Tarn-Technologie. Aber Sie haben noch Detektoren, die getarnte Einheiten aufspüren können, nicht wahr? Äh, wo ist die denn jetzt hin? Jawohl! Bereit die Gegner zu neutralisieren! Haha, perfektes Wetter für die Jagd! Ruck aus! Was haben wir denn da? Hm. Räume mal kurz auf! Oh yeah! Wenn unterwegs! Im Visier! Neutralisieren! Verstanden! Im Visier! Ohohoh! Scheiße! Dieses Mal haben wir verloren! Scheiß Dreck! Doch es wird noch andere Gelegenheiten geben! Nochmal! Alice, hier ist Jerome. Isabel und ich nähern uns der Verbandenbasis unter dem Träger. Verstanden, Jerome. Mein Team steht auf Abruf bereit, wenn ihr es braucht. Gut. Wenn der Schild des Trägers unten ist, müssen wir schnellstens mit dem Schwerkraftlift an Bord. Ich brauche dein Team abrufbereit, sollten wir auf Schwierigkeiten stoßen. Ich gebe euch Deckung, Jerome. Sorgt ihr dafür, dass ihr dort hinkommt. Viel Glück! Wir nähern uns jetzt der LZ für den Schwerkraftlift. Achtung! Feindkontakt! Achtung! Wir schnitzen ab! Nein, nein, nein! So... So... Hier ist Sargent Aglieri. Die Verbanden haben uns überrascht und Jerome's und Isabel's Pelican auf dem Weg zum Schwerkraftlift abgeschossen. Treffen Sie sie an der Absturzstelle für neue Befehle. Feinde im Visier. Geht klar! Oh yeah! Geht klar! Wir werden von oben auf! Ziel ist ausgeschaltet! Räume mal kurz auf! Neutralität! Kartegrunt! Schaltet sie aus der Ferne aus! Im Visier! Geht klar! Ich kann kaum eine Waffe halten! Geht klar! Geht klar! Geht klar! Räume mal kurz auf! Oh yeah! Okay... Finden Sie sie und schalten Sie sie aus! Die Verbanden benutzen Tarntechnologie. Aber sie haben noch Detektoren, die getarnte Einheiten aufspüren können, nicht wahr? In Bewegung. Jawohl. Wähle mir mein Ziel aus. Habe Feinde gesichtet. Erfasse das Ziel. Geht klar! Oh fuck, das war dumm. Oh, jetzt soll ich vielleicht noch ein bisschen warten. Bis ich mich wieder heilen kann. Das dauert, glaube ich, noch ein bisschen. Gibt es hier gute Stellen für Hinterhalte? Das dauert, glaube ich. Das dauert, glaube ich. Schau. Haben Sie ein Ziel für mich? Schau. So, wie wäre es? Hm? Auf geht's bitte. Anführerfähigkeit bereit. Danke. Rücke aus. Jawohl. Rücke aus. Jawohl. Suche das Ziel. Räume mal kurz auf. Ein fies link weniger. Neutralisieren. Verstanden. Im Visier. Räume mal kurz auf. Geht klar. Neutralisieren. Verstanden. Oh yeah. Wege los. In Bewegung. In Bewegung. Rücke aus. Jawohl. In Bewegung. Anführerpunkt erhalten. Anführerpunkt erhalten. Rücke aus. Rücke aus. Jawohl. Rücke aus. Jawohl. Anführerpunkt. Erfasse. Erfasse das Ziel. Geht klar. Im Visier. Verstanden. Räume mal kurz auf. Liege los, Leute. Jeromes Pelican ist da vorne abgestürzt. Verstanden. Bin unterwegs. Oh oh. Nies, nies, nies. Nur am Niesen. Schön, euch hier zu haben. Wir brauchen eure Augen, um weitere böse Überraschungen zu entdecken. Liegen wir los. Ich würde mich gern vorher einmal heilen. Rück aus. Bin unterwegs. Hier sind Gegner, Leute. Wo sind Gegner? Sind doch gar nicht da. Sparken auf dem Weg. Ja, wir warten kurz auf die Heilung. Und können das nochmal upgraden. Anführerfähigkeit bereit. Oh. Jetzt haben wir nicht mehr genug Mana. Das war vielleicht nicht so schwer. Sparken auf dem Weg. Schalte sie aus. Bein verstanden. Bogen, Truppen wollen wir an den Plänen. Kommen. Wir müssen uns um die Verbandenbasis zwischen uns und dem Schwerkraftlift kümmern. Wir brauchen Verstärkung, um uns zum Aufzug durchzukämpfen. Danke für die Hilfe, Sir. Oh, cool. Der Verbandenfunkverkehr nimmt zu, Jerome. Ja, und warum? Die wissen, dass wir da sind. Ihr habt es aber gehört. Bereiten uns vor. Oh, was soll ich schon über. Okay, wir haben nicht erwartet. Mini-Basis fertiggestellt. Okay. Nachschubmodul errichtet. Anführerfähigkeit bereit. Kaserne errichtet. So, wunderbar. Sammelpunkt festgelegt. Abschluss bestätigt. Werde beschossen. Brauche sofort Hilfe. Rück aus. Bin unterwegs. Jackrabbit meldet sich zum Dienst. Bin unterwegs. Spartan auf dem Weg. Erhalten uns verstanden. Alles klar. Die Bewegung. Rück aus. Spartan auf dem Weg. Bin unterwegs. Ziel eliminiert. Verstanden. Im Laufe drin. Rück aus. Spartan auf dem Weg. Bin unterwegs. Rück aus. Sie sind so gut wie tot. Toten Kuppen wollen wir an Späne. Kommen. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. Ja, sehr schön. An Kleinholz aus der Verteidigung. Ganz schnell durch die hindurch. Alles klar. Ratiere eben die Feinde aus. Wird angebiert. Schützt ab. Unserer Verbündeten greifen die Feindbasis an. Verstanden. Und sie werden verreuen an sich die Raten zu sein. Verhalten uns verstanden. Bringt mich hin. Ich erledige den Rest. vielleicht klappt das ja ich schicke mich ganz schnell verstanden ich schicke die Bradiere eben nicht weiter das wird ihm so richtig wehtun Marines melden sich zum Lead Wollt ihr eh mal ein paar neue Tricks ausprobieren? In Bewegung ja sie ist ja schon unterwegs unsere Verbündeten greifen die Feindbasis an wir haben ein paar Marines verlor ich zähle die Kopfschüsse Marines gute Arbeit Leute die Verwandten Basis ist erledigt Jerome zum Schwerkraft Lift bevor ich es mir anders überlege ich hätte gerne eine Basis die Geschütze beim Schwerkraft Lift sind immer noch aktiv wir brauchen ein paar schwere Panzer dafür haben wir Alice 1-3-0 verstanden wir sind soweit verstanden Jerome wird doch Zeit ich dachte schon du willst diesen Krieg ganz allein gewinnen ich will ja kein Spielverderber sein aber die Verbanden verteidigen den Schwerkraft Lift mit Flag Isabelle ist bei mir ich kann kein Frontalangriff riskieren ein Perlekin kommt an der Flag nicht vorbei jemand muss sie flankieren und ausschalten ok wir können an diesen drei Positionen Koryat stationieren um die Geschütze gleichzeitig zu beschießen du wirst durchkommen ohne dass die Verbanden etwas mitkriegen Anführerpunkt erhalten sehr schön endlich eine etwas größere Station das ist gut bereit die Gegner zu neutralisieren rücker aus Alice rücker aus Nachschub Modul Upgrade abgeschlossen rücker aus Alice rücker aus ich halte richtig aus komm ich da irgendwie durch? wie komm ich denn da durch? Wir triangulieren viele. Doch, Landgarten reizen ihnen ein! Los Team! Ich komme dazu, wenn es Probleme gibt. Wir müssen die Codex beschützen. Manchmal hilft sowas doch. So, ich würde sagen, aber hier machen wir eine kleine Pause und machen dann beim nächsten Mal weiter. Mal gucken, wie gut wir vorankommen. Kamera nicht los. Ja, wie wäre es? Ja, gut. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Eure ThimbleTech. Bye, bye, little beddies.